Stell dir vor, du würdest dieses Battle mit Kevin im Team spielen. Und er würde die ganze Zeit... Kevin würde dauerhaft alles callen, was er jetzt gerade hat. Ja, 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 ja. Er würde alles sagen. Bro, ich hab... Hier sind zwei Schildkröten. Schildkröten? Und dann... Oh, okay, okay. Ähm, hinten ist ein recht hoher Baum. Ich hab noch Zuckerrohr.